Hallo und Willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play Micro auf dem Handy und ja, ich habe gerade noch die Sachen in den Ofen getan, ja weil wir haben ja eine Glücksblick oder Behutsamkeit. Und deswegen muss man das ja alles mit, äh, muss man das trotzdem alles nochmal verzeichnen. Ja, und, ach hier, jetzt muss ich noch ein bisschen Kohle reinnehmen. Sorry. Äh, he, he, he. Ja, hallo, und, äh, ich wollte mir sagen, dass, ja, ich spreche ein bisschen leise, es geht mir auch leise. Und, ja, ich habe schon lange lange aufgenommen, ich hoffe, dass es nicht gut ist, aber ich hoffe, es wird noch gut. Ja, also, es wird noch, ähm, wieder gut werden und ich hoffe, wir machen weiter. So. Ähm, ähm, um schnell, fang mal. So. Ja, es ist leer, der Knopf ist, so. Ja, es ist leer, der Knopf ist, so. Ja, es ist so gut, dass man Sachen verbrennen oder beziehungsweise schmelzt und dann sie nochmal verbrennen kann. Ja, es ist so unlogisch. Aber, wahr. Hm. Kommst du auch was zurück? Kommst du auch was zurück? Kommst du auch was zurück? Hm, du auch? Okay, so viel reinklicken. Aber egal. Ja, dann du noch und dann hätten wir die Kohle auch wieder von dem, was wir gemacht hätten. Weg. Die Tür ist offen. Das wollen wir nicht. Ey, Küchen. Alter. Ich blocke keine Rückstoße auf. Und so. Ja, ähm, haben wir hier auch noch mal noch Kohle allein. Es gibt nicht viel Stein wir haben. Ja, deswegen habe ich auch diese Steinküste. Ist ja auch verständlich, ne, bei diesen Stein hervorkommen. Ja, aber das passiert halt wenn man fahren. Das ist eigentlich nicht. Ja. Ja. Das wäre, wenn man, wenn man dann irgendwas großes bauen möchte, aber im Moment wollen wir das hier noch nicht. Und, ja, mal gucken, vielleicht wird sich das noch so irgendwann noch ändern. So. Ja, ähm, noch irgendwas, ne. Okay. Dann hätte ich für hier noch ein paar Sachen. Und. So. Hm. 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 Wer hier hätte ich Eisen. Ja, warte mal, hab ich ja. Tue ich hier auch noch mal das Räuberl in der Weg. Ja, komm. Ähm. Holz hab ich kein, soll mal Leder und verrückte Fleisch kann ich nicht mal rein tun. Ich glaub ich halt, hier stein. Ja, ach so, äh, äh, jemand. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich glaub ich nicht. Komm. Eine Brustplatte könnte wir uns zum machen. Ja, hier ist ein wieder übertrieben. Ja, das ist ein wieder übertrieben. Ich, das ist ein, das ist cool, das ist dafür. K ja K K K K K er hat mir noch ein Problem ja um mehr eröffnen die Kuh und Prozent Prozent da ich halte aber in der in die E-Lol Ach so, ja, okay Ich bekomme die jetzt gar nicht Ich bekomme zwei, ja, das kann ich Das kann ich mir ja mal sichern, falls ich die nur noch mal brauch Weil ich denk schon, dass ich die auch nicht so unnüpf Hier in die Ausrüstung Ja, gut Das gehört eigentlich nicht hin, aber egal Das kommt eher da rein So, ähm Ähm Ja, ach so Machen So 5 5 5 5 5 So, ne? Entschuldigung, falls ich, ähm Nicht so laut spreche, aber Äh Ja, ich kann jetzt nicht so laut spreche Ja Ähm Ne, ja, da war's So hätten wir Essen Dann können wir So jetzt Dann können wir Verheeren machen und dann Hätten wir Hätten wir doch eigentlich schon alles so Ja Was wollen wir jetzt noch machen? Ja, Farmen? Nee Schreibt's mal in die Kommentare, ähm Was ich jetzt mal weiter machen soll, weil mir fällt echt nicht so langsam gehen mir die Die stehen aus, was ich machen soll, und ja, also zum Beispiel haben wir jetzt hier den Zaun gemacht, also wir könnten nochmal auf Rekord, ähm, ein Holz holen, also so 5 Milliarden Stecks, ne? Aber, ah ja, stimmt. Ja, nicht wundern. Was ist denn, was ist, ja, ja, da gehen wir mal zum Feld, ja, weil echt mal so langsam fällt mir nichts ein, was ich weiter machen soll, und ja, das Projekt zu beenden wäre dann auch wieder schon ein bisschen, wenn wir gerade mal Und ja, also nach 25 Folgen von 6 zu beenden ist es möglich, ich denke nicht, dass es keine gibt, die das machen, aber ja, halt, für das Play ist das jetzt nicht viel, weil es gibt ja manche, die haben schon mehr als 20, äh, ja, scheiße, Mehr als 30, äh, ja, weißt mal, mehr als 1000 Folgen, so, das passt, das ist realistisch, äh, und ja, beziehungsweise kronk und sowas, und Und ich hoffe, ja, die sollen sich steigern, weil ich bin jetzt von den allen, von den beiden jetzt nicht der größte Fan, aber, ja, ab und zu gucke ich, oh, lol, und ich beschwere mich immer, von da hier hochzukommen, ja, schaffen könnte. So, jetzt gehe ich wieder auf meinen geheimen Weg, so, ja, weißt du, wenn man einmal, äh, denkt man hätte was, du schaffst mal, dann, ähm, ja, scheiße, jetzt habe ich wieder, äh, jetzt habe ich wieder leise geredet. Jetzt, so, nein, ich will den Block, bitte, oh, so, jetzt darf ich, auch wenn das ein bisschen final ist. Ja, komm, dann machen wir mal heute den Rest der Folge irgendwie jump in Toren. Ja, komm, dann, komm, 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 komm wir machen und den Weg um hier schnell hoch zu kommen ja klar wenn ich jetzt hier der oben runterfallen wäre dann sind wir die 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 nicht wahr eben nicht Nein ja mehr die langweilig na gut würde ich einfach sagen weil es zu langweilig ist ähm ja äh dass ich die Folge einfach beenden weil es bringt ja auch nicht naja ich finde es einfach so komisch dass man da nicht mehr überkommen Ja, ich weiß zwar, dass die noch ein Stück größer sind, aber trotzdem sehen nicht wirklich größer aus wie die normalen Blöcke, eher sogar kleiner. Naja, dann lasst uns mit der Folge, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.